Eine ordentliche Buchführung bedarf viel Zeit und Aufmerksamkeit. Besonders in der Gastronomie sind durch diverse Besonderheiten Fehler nicht vermeidbar. Nun stellen Sie sich vor, Sie können diese ganzen Punkte automatisiert durchführen lassen. Dies haben wir mit unserer direkten DATEV-Integration in die Lightspeed-Restaurant KCUS umgesetzt. Verabschieden Sie sich von physischen Z-Berichten, welche Sie an Ihre SteuerberaterInnen schicken müssen. Sparen Sie Zeit und Geld durch unsere automatische Berichterstattung in das DATEV-Umfeld. Nutzen Sie die gewonnene Zeit für etwas, das mehr Spaß macht als Buchhaltung. Willkommen bei Lightspeed und unserem Weg zu einer voll digitalisierten Buchführung. Mein Name ist Nico und ich führe Sie heute durch unsere direkte DATEV-Integration. Eine simple Lösung bedarf auch einer simplen Umsetzung eben dieser Lösungen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie DATEV mit Ihrem Lightspeed-Restaurant KCUS Backoffice verknüpfen können. Um unsere integrierte DATEV-Lösung zu nutzen, benötigen Sie neben dem Lightspeed-Kassensystem nur einen Zugang zu MeinFiskal, als auch das Modul Kassenarchiv von DATEV. Um die Verknüpfung zu starten, begeben Sie sich einfach mit Ihrem Lightspeed-Backoffice auf den Reiter Integration und weiter auf den Punkt Buchhaltung. Mit aktivierter DATEV-Lizenz folgen Sie nun dem Punkt Integration verknüpfen. Autorisieren Sie sich nun, indem Sie sich mit Ihren MeinFiskal-Anmeldedaten auf der geöffneten Seite anmelden und den Bildschirmaufforderungen folgen. Nach erfolgreicher Initialisierung werden Sie zurück auf das Lightspeed-Backoffice geleitet. Sollten Sie mehrere Betriebe oder Abteilungen haben, welche entsprechend in Ihrem Lightspeed-Backoffice hinterlegt sind, wählen Sie nun aus, für welche diese Abteilungen oder Betriebe Sie die Verbindung herstellen wollen. Sofern Sie mehrere Betriebe oder Abteilungen in Ihrem Lightspeed-Backoffice geordnet haben, wiederholen Sie diesen Vorgang nun für alle weiteren Standorte. Sobald alle Daten richtig eingetragen sind, finalisieren Sie diesen Vorgang und schließen den Prozess nach erfolgreicher Autorisierung über den Speichern-Button ab. Sie haben nun erfolgreich Ihr Lightspeed-Backoffice mit Ihrem MeinFiskal verbunden. Nach erfolgreichem Verbinden werden nun am Ende jeden Geschäftstages Ihre Umsätze, basierend auf dem DSFIN-VK, automatisch an das MeinFiskal-Kassenarchiv gesendet. Bitte beachten Sie, dass keine Daten aus der Vergangenheit übertragen werden. Somit kann es sein, dass Sie am ersten Tag oder direkt nach der Verknüpfung noch keine Daten sehen werden. Begeben wir uns nun in MeinFiskal. Nach der Anmeldung begeben Sie sich nun auf das Kassenarchiv. Hier finden Sie nun die verknüpfte Kasse. Bei mehreren Standorten sehen Sie entsprechend alle verknüpften Kassen, die bisher Daten produziert haben. Das Kassenarchiv speichert alle Kassenabschlüsse als ZIP-Ordner oder JSON-Datei, welche Sie dann entsprechend weiterverwenden können. Auf der linken Seite können Sie nun nach diversen Kriterien filtern, um bestimmte Bereiche oder Zeiträume sich anzeigen zu lassen. Schauen wir uns nun abschließend einen der Kassenberichte genauer an. Neben den Daten über den Geschäftstag und Infos zur Zuordnung in Ihrem Lightspeed Backoffice finden Sie eine Aufschlussung der Umsätze nach Zahlungsarten, Steuern und den Beträgen, welche automatisch von Ihrem Z-Bericht an Dativ gesandt wurden. Alle Daten sind in Ihrem Kassenarchiv gespeichert und können jederzeit einzeln oder gesamt exportiert werden zur weiteren Verwendung. Die Lightspeed-Datei-Integration bietet Ihnen eine vollumfängliche automatische Synchronisierung zwischen dem Lightspeed-Kassensystem und dem Mindfiskalprogramm. Egal ob Sie ein kleines Café, eine erfolgreiche Restaurantkette oder ein tolles Hotel betreiben. Diese Integration hilft Ihnen, den Buchhaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, um mehr Zeit mit Ihren Gästen zu verbringen. Dies war unsere kurze Übersicht zur Lightspeed-Datei-Integration. Kontaktieren Sie uns gern für weitere Informationen rund um das Lightspeed-Kassenprodukt. Für weitere Infos und Hilfen nutzen Sie gern unsere ausführliche YouTube-Videodokumentation. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.